Leute, heute gibt es ein Skirt Steak, ganz viele kleine Skirt Steaks, um genau zu sein, wir hauen direkt rein. Ich habe mir jetzt so von Kreuz das Skirt Steak kommen lassen, wie ihr hier sehen könnt. Würde ich so in der Metzgerei ehrlicherweise nicht kaufen. Sieht halt mit dem ganzen Fettanteil irgendwie nicht so richtig geil aus, aber es ist ein absoluter Geheimtipp. Freunde, schmeckt wirklich mega gut. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal ein Skirt Steak zu bestellen, macht das unbedingt. Wie gesagt, das waren relativ viele kleine Skirts. Ich kenne es eigentlich nur als ein großes, langes, aber spielt im Grunde genommen gar keine Rolle. Die brauchen also jetzt ordentlich Feuer, die Dinger. Das Wichtigste ist, dass die oft genug geflippt werden. Und dann sehen sie am Ende tatsächlich schon so aus. Guckt euch die geile Farbe an. Mega. Jetzt hole ich meine Skirts kurz vom Grill runter und dann würde ich sagen, können wir auch schon anschneiden, Freunde. Da die so dünn sind, ist es natürlich schwierig, das Medium hinzukriegen, aber wie gesagt, sind wir an Butterzart. Man schneidet es also erstmal in der Mitte durch und dann gegen die Faser, wie ihr hier sehen könnt. Ganz, ganz wichtig, dann wird das Fleisch zarter. Jetzt ballere ich hier noch ein bisschen Black Lavasalz drüber. Die Gäste können es kaum erwarten. Nun geben sich schon die ersten Stücke. Hier haben wir noch Happy Ending von Don Markus. Das ist mein fertiges Skirt Steak. Macht es unbedingt mal nach. Haut rein. Bis dann. W Dann W Dann